Ja hier das ist hier Birnenkrankheit, Birnengitterrost heißt das. Da oben sind wohl gute, ja sind bessere Hüttner, die sehen auch gesund aus. Das ist hier Birnengitterrost. Ja, das hier. Wollen wir mal erklären was ab. Dann kannst du wegschmeißen. Ja und wie viel sollte ich denn hier wegschmeißen? Dann wird sowieso nichts zum Essen was. Oder kommt das von den Flugzeugen und es schickt von oben? Nein, haben wir ja schon manchmal gesagt. Also das hier Birnengitterrost kommt von irgendwelchen Bodendeckern, ne? Weiß ich nicht wo das kommt. Da überwintern diese Viecher da. Diese schwarzen Flecken.